Hallo und herzlich willkommen, hier ist Dom Kishot von FX-Ray für eine neue Produktion der Photoshop-Profis. Natürlich zu den neuen Neuerungen der Creative Cloud Photoshop CC 2015. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Wir werden hier mit dem 25 Years of Photoshop Dialog direkt zu Anfang begrüßt, denn Photoshop ist dieses Jahr 25 Jahre geworden und das möchte man natürlich hier auch ganz prominent zelebrieren. Ich zeige Ihnen meine fünf wichtigsten Neuerungen, insbesondere für Fotografen und Bildbearbeiter und gebe dann im Anschluss noch einen kleinen Einblick, was es sonst noch so alles gibt. Zeichenflächen gelten als eine der Großneuerungen in Photoshop CC 2015 und wie sie funktionieren und was sie machen, möchte ich Ihnen jetzt einmal demonstrieren. Dafür erstelle ich mir eine neue Photoshop-Datei und hier kann ich direkt im Dokumententyp schon eine Zeichenfläche auswählen. Muss ich nicht, kann ich im Nachgang auch noch machen, aber ich möchte ihn einmal direkt hier vorzeigen. Und hier gibt es schon sogenannte Vorgaben, die sich auf die Größe meines ersten Dokumentes beziehen. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne iPhone 6 Plus oder zum Beispiel iPad Retina und damit fange ich einmal an. Die ganzen Einstellungen sind hier schon vorgegeben und nun erstelle ich mir dieses Dokument hier. Wenn man sich nun einmal das Ebenenfenster hier anschaut, dann gibt es hier so eine durchgehende Zeile, wenn man so möchte. Also kein Ordner, sondern wirklich eine vollständig durchgehende graue Zeile, die eben zeigt, dass es sich hierbei um eine Zeichenfläche handelt. Innerhalb dieser Zeichenfläche kann ich meine Ebenen erstellen, Ordner, Smart-Objekte und so weiter und so fort. Also alles wie gewohnt. Nur man sieht hier schon auch in diesem Bereich, dass ich nicht mehr eben nur ein Dokument habe, sondern da oben drüber auch ein Text steht und den möchte ich einmal direkt in iPad Retina umbenennen, sodass ich weiß, dass das hier mein iPad Retina Display ist. Nun kann ich hingehen und hier zum Beispiel eine Datei verknüpfen. Zum Beispiel hier ein Bild. Sagen wir, ich möchte ein Desktop-Wallpaper erstellen, eben für meine unterschiedlichen Devices. Positioniere das Bild nun hier hin. In meiner Retina-Display-Kategorie, die Ebene 1 kann ich löschen, denn diese brauche ich nicht. Und nun möchte ich hingehen und dasselbe eben auch für ein iPhone 6 Plus und iPhone 6 und meine Apple Watch und so weiter erstellen. Dafür gehe ich auf Ebene, Neu und kann mir hier eine neue Zeichenfläche erstellen. Hier wähle ich dann zum Beispiel mal das normale iPhone 6. Ich kann das direkt auch iPhone 6 nennen. Und sehe hier, dass sowohl hier eine neue Zeichenfläche entstanden ist, als auch in meinem Arbeitsbereich. Nun kann ich hingehen und mir diese Ebene einfach reinkopieren und das Smart-Objekt, das hier sowieso verlinkt ist, hingehen und zum Beispiel ein bisschen kleiner gestalten oder eben größer, weil man schon merkt, dass der Bildausschnitt nicht passt. Dann würde ich für das iPhone 6 vielleicht so einen Bildausschnitt wählen. Ich kann mit dem Zeichenflächenwerkzeug, das eben auch neu hinzugekommen ist, auch eigenständig irgendwelche Größen bestimmen und die umbenennen. Ich nenne das jetzt einmal neu. Aber wie gesagt, ich kann auch hier über Neu-Zeichenfläche auf Presets zurückgreifen oder hier auch manuell eben eine Größe eingeben. Ich würde jetzt noch hier mal eine große Apple Watch dazu machen. Auch hier das Ganze dann reinkopieren. In etwa so. Und natürlich muss das auch innerhalb dieser Arbeitsfläche sein, sonst ist es nicht sichtbar. Hier würde ich vielleicht so einen Bildausschnitt wählen. Und wenn ich einen Arbeitsbereich nicht möchte oder eine Zeichenfläche, kann ich sie auch einfach hier auf den Papierkorb ziehen, wie wir das kennen. Und mit dem Zeichenflächenwerkzeug kann ich diese Arbeitsfläche dann auch einfach verschieben. Und der spannende Teil ist, dass ich jetzt wirklich hier alles auswählen kann und diese Funktion ist auch neu. Rechtsklick drauf und zum Beispiel Schnell Export als PNG-File. Oder wenn ich dieses als PNG ändern möchte in zum Beispiel ein JPEG, dann kann ich das in den Voreinstellungen vornehmen. Und dann würde er automatisch jetzt hier zum Beispiel auf dem Desktop diese PNGs exportieren der einzelnen Zeichenflächen. Das Ganze macht natürlich mehr Sinn, wenn man nicht nur Wallpaper macht, sondern wirklich auch mit Responsive Design arbeitet. Sprich, wenn man Webseiten erstellt, die auf unterschiedlichen Devices unterschiedlich aussehen. Für Designer also und Interface Designer sicherlich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, hier auf einmal alle Dokumente einheitlich in einem Photoshop-File zusammenzufinden. Vor gar nicht so langer Zeit hat Adobe Fotolia gekauft und dass sich das irgendwie in der Creative Cloud widerspiegeln wird, war klar. Entstanden ist etwas, das nennt sich Adobe Stock und findet sich hier um in der Creative Cloud als Stock. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach etwas suche, wie zum Beispiel Holz, was schon einmal hier vorgegeben ist, dann wechsle ich in meinen Browser zu Adobe Stock und bekomme hier nun Bilder angezeigt, die ich verwenden kann. Ich wähle mir zum Beispiel dieses erste Bild direkt so und kann das hier in meine Bibliotheken, in meine Creative Cloud Library reinspeichern. Und zwar mache ich das in mein Verzeichnis Composing. Die Image wurde saved. Das Bild wurde gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Photoshop zurück wechsle und mir meine Bibliothek angucke, sehe ich, dass im Composing-Bereich direkt schon dieses Stock-Bild von Adobe Stock rein produziert wurde. Durch einen Doppelklick kann ich dieses Bild auch öffnen. Man erkennt natürlich ganz prominent hier das Wasserzeichen und auch die Bildnummer ganz unten. Aber verglichen mit anderen Stock-Agenturen und wie das früher war, sind diese Bilder wirklich in einer guten Qualität, sodass ich hier vernünftig arbeiten kann. Entscheide ich mich nun, dass dieses Bild in meinen Layout ganz gut passt, muss ich natürlich die Lizenz dafür erwerben. Ich muss es kaufen, damit ich es verwenden darf. Das geht dann über einen Klick hier in diese Grafik rein und Bild lizenzieren. Dann wird man zurück in den Browser versetzt und kann dort das Bild dann, je nachdem, was man für ein Paket hat, eben erwerben. Für mich zum Layouten reicht das perfekt, denn ich möchte Ihnen noch eine andere Sache zeigen, und zwar Ebenenstile. Ebenenstile waren schon sehr, sehr mächtig bis jetzt. Was jetzt aber passiert ist, ist wirklich sensationell. Ich werde hier das anhand eines Textes einmal demonstrieren. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Vielleicht in einer anderen Schrift. Nehmen wir mal was dickes. Helvetica. Die neue Helvetica. Bold zum Beispiel. Oder Condensed Black. Noch dicker. Das Ganze skaliere ich mich hier ein bisschen hoch. Und wechseln nun einmal in den Ebenenstil-Dialog. Das hier kann ich schließen. Ebenenstile kennen wir alles. Abgeflachte Kante, Konturen und so weiter und so fort. Aber was man merkt, ist, dass es solche Pluszeichen gibt. Und man merkt auch schon, dass es hier zum Beispiel eine doppelte Kontur gibt. Schlagschatten ist hier mehrfach aufgeführt. Das heißt, mir ist es nun möglich, bestimmte Ebenenstile mehrfach anzuwenden. Ich zeige das einmal ganz kurz anhand einer Kontur. Ich kann hier Kontur wählen, sagen wir mal normal mit einem Verlauf. Der geht nach außen und zwar 2 Pixel. Und die andere Kontur geht nach innen. Ebenfalls im Ebenenmodus normal mit einem entgegengesetzten Verlauf in der Kontur. Man merkt schon, wie ich hier so einen kleinen 3D-Effekt erzielt habe. Indem eben die dunklen Stellen hochgehen und die hellen Stellen dunkel. Das könnte ich ja natürlich auch noch etwas variieren, wie ich möchte. Aber man merkt schon, wie spannend das Thema ist. Ich kann natürlich noch eine weitere Kontur hinzufügen, indem ich hier auf das Plus klicke oder hier unten eben auf weitere Elemente hinzufügen. Und so wirklich sehr, sehr interessante Ebenenstile gestalten. Viel spannender sind aber die Schlagschatten. Denn nun ist es wirklich möglich, realistische, authentische Schatten zu erstellen. Denn ein Schatten besteht ja nicht nur aus einer Weichzeichnung und aus einer Deckkraft, sondern setzt sich aus mehreren Elementen zusammen, je nachdem wie stark oder wie weich das Licht ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es einen Kernschatten gibt. Und den erstelle ich jetzt hier einmal. Der Abstand ist dabei sehr gering. In etwa so. Und die Größe eigentlich auch sehr gering. Also ein wirklich sehr, sehr harter Schatten. Ein bisschen mehr Abstand kann ich schon machen. Das Ganze mal von oben an. Und das ist der sogenannte Kernschatten. Wirklich sehr dunkel, kaum weich gezeichnet, weil er wirklich am Objekt liegt. Als nächstes füge ich einen weiteren Schatten hinzu. Winkel natürlich auch wieder von oben. Der Abstand ist diesmal deutlich größer. Und auch die Weichzeichnung ist größer. Allerdings immer noch nicht zu weich gezeichnet. Und die Deckkraft mit 60 auch deutlich reduziert. Ich gehe hin und füge einen weiteren Schlagschatten hinzu. Diesmal noch weiter weg. Noch weicher. Und von der Deckkraft noch geringer. In etwa so. Und man merkt schon, wie auf einmal dieser Text, den wir hier reingesetzt haben, einen wirklich authentischen Schatten auf diesem Holzbalken, auf dieser Holzstruktur hier entwickelt. Und das kann ich natürlich beliebig fortfahren. Könnte mir hingehen und hier ein Muster ersetzen. Irgendwie ein Papier oder sowas in der Art. Eine Verlaufsüberlagerung und so weiter. Um mir wirklich einen authentischen Schriftzug zu erstellen. Also Ebenenstile in Photoshop CC 2015. Für mich persönlich die größte Erneuerung. Die Weichzeichnungsgalerie gibt es schon eine ganze Weile in Photoshop. Zumindest einige dieser Filter. Unter anderem der Tilt-Shift-Filter. Und wenn ich diesen Tilt-Shift-Filter nun einmal hier anwenden möchte, wirklich hier zentriert an die Seiten hinaus geblurrt, gab es immer ein Problem, dass das Bild, sofern es eine Körnung hatte, immer mit weich gezeichnet wurde. Das sieht man hier auch ganz schön. Wir haben hier in diesem Bereich eine Körnung über das gesamte Bild. Wenn ich nun hier rauszoome und mal gucke, wie, dafür höre ich mal die Weichzeichnung hier, wie sich diese Körnung verhält, wird sie natürlich eliminiert. Denn die Körnung wird weich gezeichnet, so wie der Rest des Bildes. Sprich, es entsteht eine sehr unauthentische Weichzeichnung. Nun ist es eben möglich, hier im Rauschendialog, der neu hinzugekommen ist, ein Rauschen auf die Weichzeichnung anzuwenden. Dafür stehen mir hier drei Möglichkeiten zur Verfügung. Ich wähle hier Körnung und kann hier nun mittels Stärke bestimmen, wie stark diese Körnung sein soll. Man merkt hier auch ganz genau, wo diese Körnung ansetzt. Und ich definiere vielleicht eine Stärke von 10S%. Kann hier dann noch an der Größe rumexperimentieren, also eher klein in diesem Fall. Und kann dann mit der Rauheit auch noch bestimmen, wie rau das Ganze sein soll. Könnte noch Farben hinzufügen und so weiter. Für mich passt das aber ganz gut. Das Ganze bestätige ich nun einmal. Und wir sehen, dass wirklich hier vollumfänglich überall, wo die Weichzeichnung angewandt wurde, nun auch ein Rauschen hinzugefügt wurde und die Bildwirkung der Bildeindrung natürlich sehr viel authentischer ist. Das inhaltsbasierte Verschiebenwerkzeug gibt es schon eine ganze Weile in Photoshop. Befindet sich hier unter den Bereichsreparaturpinseln und den Retusche-Werkzeugen im Prinzip hier. Und was dieses Werkzeug macht oder bis jetzt machte, war, dass es eben einen Bereich auswählte, man diesen Bereich verschieben konnte und so eben Objekte aus dem Bild rausnehmen konnte. Das passiert natürlich auch weiterhin. Nun, wie man jetzt sieht, bekomme ich noch die Möglichkeit, das Bild anschließend zu rotieren, zu skalieren, eventuell sogar zu spiegeln. Das heißt, das Ganze kann ich jetzt bestätigen und Photoshop löscht eben oder ersetzt inhaltsbasiert diesen Bereich und transformiert oder verschiebt gleichzeitig natürlich auch unsere Wanderer hier an eine andere Stelle. Ich wechsle mal zu einem anderen Bild, um das noch einmal ein bisschen deutlicher zu demonstrieren. Vielleicht auf einer separaten Ebene. Das heißt, ich wähle mich hier diesen Motorradfahrer einmal aus, wähle mein inhaltsbasiertes Verschieben-Werkzeug, kann das nun wirklich hierhin verschieben, ein Rechtsklick in meinen Transformieren-Dialog, sage einmal Horizontal spiegeln, kann das Ganze noch rotieren, eventuell sogar vergrößern, dann vielleicht hierhin verschieben und Photoshop löscht im Prinzip diesen Bereich und positioniert je nach Transformation meinen Fahrer eben hierhin. Also eine kleine, aber sehr feine Erneuerung in Photoshop CC 2015. Eine weitere Erneuerung betrifft mehr den Camera Raw Filter oder Camera Raw generell. Das heißt, ich möchte mir hier wirklich ein RAW-File mal öffnen, hier diese Cypress DNG-Datei in Photoshop und natürlich wechselt Photoshop erstmal in Camera Raw 9.1 und wir sehen hier ein Bild, das in einen Dunst, in einen Nebel gehüllt ist und seit Photoshop CC 2015 und Camera Raw 9.1 gibt es unter den Effekten ein Parameter, der nennt sich die Haze, also Entnebelung sozusagen, Entdünstung und wenn ich nun hier diesen Regler hier einmal drehe, merkt man, wie schön homogen dieser Dunst im Bild wirklich entfernt wird. Das lässt sich natürlich auch negativ einstellen, sprich ich könnte einem Bild einen Dunst hinzufügen, dass es keins hat, aber hier in diesem Fall merkt man, wie wirklich schön dieser Dunst entfernt wird, wie ich hier die Strukturen, wie ich hier die Informationen in Camera Raw wiederbekomme und mit so einem Bild natürlich sehr viel besser arbeiten kann, als mit dieser Ursprungsversion. Das Bild kann ich dann natürlich in Photoshop wieder öffnen und hier nun anfangen, mein Bild weiter zu bearbeiten. Natürlich gibt es noch viele weitere Erneuerungen, die ich hier aber nicht alle aufführen kann, zum Beispiel gibt es unterm Fenster die Glyphen, etwas, was es in InDesign schon eine ganze Weile gibt, ein Fenster, das wirklich die ganzen Zeichen einer bestimmten Schriftart auswählt, so kann ich zum Beispiel, wenn ich hier auf die Typo gehe, wirklich sehen, welche Symbole ich da drin habe und kann sie dann in meinen Text reinkopieren, also wirklich sehr nützlich und längst überfällig, wenn wir mal ehrlich sind. Eine weitere Erneuerung ist, wenn ich hier ein Bild, zum Beispiel ein Smart Object konvertiere, war es bis CC 2015 nicht möglich, eben die Korrekturen hier rauszuwählen. Wie man sieht, sind diese nicht ausgegraut, das heißt, ich kann jetzt wirklich Fotofilter, Color Lookups und so weiter direkt auf das Smart Object anwenden, ohne dass ich den Weg über eine Einstellungsebene machen muss. Insgesamt ist CC 2015 ein sehr gelungener Release, muss ich sagen. Viel für natürlich Richtung Interface Design, Web Design und so weiter gemacht, aber eben die Neuerungen, die wir hier auch gesehen haben für uns Fotografen und Bildbearbeiter von enormer Bedeutung. Kostenlos natürlich, da in der Creative Cloud, das heißt, probieren Sie es einfach mal aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Mein Name ist Domki Schott, bis bald. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017